Das größte Problem und die Lösung für den ESTP-Unternehmer. In 180 Sekunden, ich bin der Wolfi. Und ich bin der David und wir sind die größten Experten für 16 Personalities im deutschsprachigen Raum und geben Menschen ein System, wo sie sich selbst und andere für den Rest ihres Lebens perfekt verstehen und dadurch Konflikte auflösen können. Und jetzt schauen wir uns den Hintergrund vom ESTP wieder ein bisschen an. Und zwar, ESTPs sind bekannt als soziale Chameleons. Was ist damit überhaupt nehmt? Ganz einfach, egal in welcher Situation sie sind, sie können mit absolut jedem Menschen reden. Sie sind unglaublich charismatisch, gehören zu den charismatischen Menschen, die es überhaupt gibt. Die sind wirklich überall bei jeder Party im Mittelpunkt, haben eine sehr starke Meinung, legen auch sehr viel Wert auf Debatten, die sie auch gerne einmal gewinnen wollen. Das heißt, sie lieben es Recht zu haben. Sie sind komplett im Moment und sie geben sich wirklich diesem Risiko gerne einmal hin. Sie lieben Freiheit über alles und sie wollen einfach das Leben in vollen Zügen genießen. Sie lieben Luxus, sie lieben Adrenalin und sie wollen sicherstellen, dass das Leben wirklich ein Abenteuer ist. Und das ist aber etwas, das zu ihrem größten Problem führt, nämlich, Wolfi... Ja, und das größte Problem geht natürlich einher, wenn ich immer in ein gewisses Saus und Braus lebe. Das heißt, das Leben schießt bei mir förmlich vorbei, weil ich einmal bei der Party bin und dann habe ich mit Freunden und dort ein Erlebnis und nachher mache ich das und das. Und das ist ja natürlich sehr schön, wenn man das Leben so sehr in vollen Zügen genießt. Aber was passiert dabei? Man kann gewisse Konsequenzen nicht mehr abschätzen, weil wenn ich nur im jetzigen Moment bin, dann achte ich oft gar nicht mehr darauf, was passiert morgen, übermorgen, in fünf Jahren. Und dann passiert nicht nur, dass die Zeit sehr schnell vorübergeht, ich vielleicht gewisse Entscheidungen treffe, Dinge mache, die für mein zukünftiges Ich nicht optimal förderlich sind, sondern es kann auch sein, dass ich kurzfristige Dinge mache und auch Entscheidungen treffe, wo ich Menschen verletzen kann, wo ich Entscheidungen auch im finanziellen Bereich, in der Beziehung treffen kann, wo ich erst im Nachhinein merke, oh, okay, das hätte ich lieber anders gemacht. Und jetzt kommen wir zu einer Lösung dafür und es ist die sogenannte 10-Sekunden-Regel. ESDB ist den Tieren dazu, sehr impulsiv zu entscheiden. Und wichtig ist es, bevor man als ESDB sie wirklich etwas komplett hingibt und sagt, perfekt, Kreditkarte oder was auch immer, halte 10 Sekunden inne und warte diese 10 Sekunden einmal ab. Und dann reflektiere kurz darüber nach, welchen Impact es auf dein zukünftiges Leben haben wird. Frage Nummer 1, steht es überhaupt mit deinen Werten und deinen Wünschen im Zusammenhang, was du gerade machen möchtest? Punkt Nummer 2, macht es in der aktuellen Zeit überhaupt Sinn, so Entscheidungen zu treffen? Und Punkt Nummer 3, wie werden die Menschen in deinem Umfeld darauf reagieren, wenn du nun diese Entscheidung triffst? Wenn du diese 10-Sekunden-Regel einsetzt, dann wirst du sehr schnell merken, dass du einfach sehr viel reflektierter wirst, was das angeht und dadurch wirklich Konsequenzen besser abschätzen kannst. Und solltest du als ESDB Unterstützung auf diesem Weg brauchen, weil du selbst merkst, puh, okay, ja, ich bin da wirklich ein bisschen vielleicht zu sehr freiheitsorientiert in meiner Entscheidungsgebung, dann meld dich gern bei uns über WhatsApp, schreib uns deine Anliegen, deine Fragen oder buch dir gleich direkt einen 60-minütigen Videocall. Wir freuen uns auf alle Fälle auf dich, bis bald, ciao, ciao.